Ein Tanana... Ja, hallo liebe Leute, zu der nächsten Folge MacPixel, Folge 14. So, nachdem ich jetzt angefangen habe, diese ganzen Level hier immer auf 100% zu machen, ähm, ist mir aufgefallen, da sind ja noch ungespielte Level. Das müssen wir jetzt alles nochmal machen. So, okay, aber das ist nicht das Problem. Wir sind hier in Chapter 1. Die Titanic Chapter 1, Special Rounds, Cinematic Explosion. Wie immer, ich rette den Tag, ja. Heieieiei, wollen wir mal gucken da. So, und wie, und, ne, kennen wir ja den ganzen Trick. So, ähm, mit der Schrobflinte definitiv, nee, das ist ein Angel. Wir angeln uns eine Frau. Wir wollen uns eine Frau angeln. Das funktioniert nicht. Wir müssen einen Kerl zumindest angeln. Wir angeln uns doch die Frau. Ändert nichts daran, dass wir Carpeister gehen. Oh mein Gott, das ist der fucking, es ist tatsächlich der fucking Todesstern. Schockt. Da, komm! Ich mach mit! R2! R2 transportiert eine Bombe. Ja! Okay, da weiß ich auch noch nicht Bescheid. Ähm, Aion! Ähm, die Karotte! Äh, in die Lava schmeißen? Nicht? Hilft das nicht? Kann ich dann dem Aion geben? Yay! Ich hab eine nasse Karotte ins Gesicht gespuckt bekommen. Top, 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 ist gut. So, das kann ich auch noch nicht deuten. Ah, Harry Potter. Oder? Pass auf, nimm den mal. Ich bin ne Bombe. Ich bin die Bombe! Ach, scheiß. Das geht wieder gut los. Hm, 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 hm. Noch nicht eine Sache geschafft. Gut, gut, gut. So, irgendwas mit Cowboys. Hallo. Ähm. Der Ring. Ich geb ihn dir. Willst du mich heiraten? Darauf furzt er. Ich hoffe, das wird nicht in echt so passieren. Soll ich tatsächlich mal den Mann meiner Träume finden und ihm meinen Heiratsantrag machen, möchte ich nicht. Deshalb pupst. So, wir angeln uns. Jemand, der es nicht geschafft hat. Ja. Hm, okay. Okay. Meg Pixel auf den Todesstern. So, Luke, komm. Luke. Luke. Komm. Ui, 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 ui. Ich befürchte, das nennt sich Analbrand. Ei, 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 ei. So, ey. Ripley. Ne, du. Ja, bei so einer Powerfrau wie Ripley muss ich damit rechnen, dass ich eine zurückkriege. Ja, ja, ja. Okay. Wir sind in Hawkwax. Hawkwax. Was ist mit dir da? Oh. Oh, ich wollte das nicht. Die Spiel ist irre. Ich glaube, das erwähne ich jedes Mal. Pass auf. Ich habe hier jetzt irgendwas... Kann ich das benutzen? Nein. Vielleicht ist hier in die Lava packen. Ja. Jetzt ist es weg. Jetzt ist hier alles gut. Ich will nicht mit dem Terminator arbeiten. Das gefällt mir nicht, weil das scheint Terminator 1 zu sein und da ist der nicht nett. Nacht, nett. So, äh, willst du mich heiraten? Auch er pupst. Es ist fies und widerlich. Es gibt Momente, da darf man pupsen. Wie ein Theater oder Sex. Aber nicht beim Arbeitsantrag. Fuck. Im Ernst. Im Ernst. Ich bin Schweine-Awesome. Ich schieb ein ganzes fucking Schiff beiseite. So. Okay. Äh, ich glaube, ich werde das Lichtschwert benutzen. So, pass auf. Luke? Nee? Anakin? Hä? Äh, ist aber schön gut, dass wir hier auf der Seite des Imperiums stehen und den Todesstern halt nicht kaputt machen wollen. Naja, da darf ja auch nicht kaputt gehen. Also. Was will ich jetzt? Nur das Alien irgendwie? Tritt das Alien. Komm, ich tritt das Alien. Das ist... Platsch. Ach, das hat's aber gerettet. Ja, ja, ja. Hm, ja, ja, ganz klar. Hm, ja, ja, logisch. Was ist denn mit dir hier? Ich weiß gar nicht, wer du sein sollst. Ich mach mal die Tür auf. Wer ist denn dahinter? Infernus Blitzos. Kapastoros. Ich hätte Magical Schreiber werden sollen. So. Ja, was macht Arnie? Arnie hat einen ganzen Bauchbuck. Es macht mich kaputt. Es macht mich einfach kaputt. Es tut mir echt weh. In meinem Kopf. Immer. So, ich geh auch... Was ist denn? Ha! Yay! Oh. Ha! Hm. Pass auf, der andere schießt ihn aber vielleicht. Ich lass das mit den Heiratsanträgen, weil das funktioniert nicht. Was haben wir hier noch? Und was, will ich jetzt nur hier mit dir? Ja, ja, ja. Aber das hab ich doch eben gerade schon. Aber, ach man. Okay, der ist aber nicht ganz kaputt. Den kann man wieder richten. Ne? Haben wir doch gesehen. Gut, pass auf. Dann kriegst du den. Du bist auch ne Bombe. Das ist quasi ne Bombenstimmung hier. Alle zusammen. Super. Okay. Pass auf, was ist denn mit dir? Wenn ich die beiden jetzt in Stücken zusammen kriege. Dann kann ich dir versorgen, dass er die Dynamitstange ausschießt mit seiner Spritzpistole. So, Lichtschwert und jetzt auf Flug. Ich. Ja, ja. Ja, ganz. Und ja. Wir haben den Torderstern gerettet. Wir haben den Torderstern gerettet. So. Wollen wir mal gucken. Was haben wir noch? Pass auf. Ich nehm jetzt mal den da und geb dem mal hier nicht Gandalf. Sondern. Scheiße. Wie heißt denn der Typ? Ja, ich bin nicht so der Harry Potter Fan. Aber er hat Monk gerocht. Vielleicht hat das ja sogar Grund. Kannst du bitte Dinge tun? Du wiederholst dich. Du machst nix. Mache was. Ich hab Hogwarts gerettet. Okay. So. Oh, mit dem Einzelbesuch ist schon ganz durch. Das ist super. So. Saloon. Im Ernst. Im Ernst. Ja, wir haben's geschafft. Und sogar noch ein Bonus Level. Oh. Das ist wieder super. Ich weiß dann bestimmt wieder ganz viel, was ich machen muss. Warte, komm ich hier vielleicht die Leiter hoch? Nee. Boah, Hilfe. Okay. Damit hab ich... Ich hab wieder eine Braut. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Vielleicht haben wir's geschafft. Vielleicht auch nicht. Nee, hier ist was kapott gegangen. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Alles klar. Das war Folge 14. Vielen lieben Dank. Schaltet auch morgen wieder ein zu. Folge 15 von McPixel. Safe today. Winke, winke. Ciao und tschüss.